Oh geil, Tunnel. Oh, nicht nur einer. Was ist das denn hier? Meine Lieblingsstelle in Münster. Und, und, und. Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Modem-Log. Heute bin ich unterwegs zu 2W1Ticket. Wir treffen uns in Münster. Heute wird Random Münster aufgenommen. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich vielleicht ein bisschen kacke klinge und vielleicht ab und zu mal schniefen muss oder so. Könnte sein, dass ich ein bisschen erkältet bin. Juckt mich aber nicht. Leute, viel Spaß. Ja, da ist so jemand ein großer Fan von Mario. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Sieht cool aus. Achso, ich hab ne kleine Eskorte. Meine Schwester fährt auch mit hinten drauf auf der VFR. VFR war das. Ja, VFR. Auf der fährt sie mit hinten drauf. Die Maschine ist offen, also no chance, no chance. Ja, wir werden gleich dann, ich hol gleich auch Luisa ab. Wir treffen uns da alle am Bahnhof. Und sie wollte nämlich unbedingt mitfahren. Ja, machen wir. Also sie fährt gleich bei mir mit hinten drauf. Nadine fährt bei der VFR. Sorry. Bei der VFR fährt Nadine mit hinten drauf. Und Dicci, ja der fährt alleine. Der ist alleine unterwegs. Was macht er denn da, Alter? Jetzt fängt er an zu blinken. Was geht denn bei dem Punto? So, jetzt blinkt er wieder neu. Vorhin bremst er einfach random. Da bin ich dann nochmal vorsichtig. Wenn die einmal schon sowas machen, dann halte ich lieber ein bisschen Abstand. Was macht er da? Ich zieh den einfach raus. Was für ein Wichser. Alter. Was auch immer die da macht, ne? Einmal mal bremsen und dann erst blinken. Hallo? Ich bin da schon nicht aufgepasst, Mann. So eine Bratze. Ey, bremst erst doll rein. Der Motorradfahrer vor uns muss richtig bremsen. Und dann blinken. Wow. Alles richtig gemacht, ey. Was machst du da? Klingt ja aber ganz schön gut. Ja. Okay. Was machst du da? Hallo. Hi. Ich hab den Leder vermisst. Wollen wir zum Zoo? Was? Wollen wir zum Zoo? Keine Ahnung, was? Auf zum Zoo, da wo alles stattgefunden hat. Oder wo alles begonnen hat wohl eher. Oh geil, Tunnel. Oh, nicht nur einer. Was ist das denn hier? Meine Lieblingsstelle in Münster? Und? Und, und, und. Oh. 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 Es geht. Oh, das geht. Oh. Oh, oh. Okay. Guck mal da hinten, wenn der Bus gleich vorbei ist. Läuft bei dem! Der chillt sein Leben mit dem Ding. Gas, Gas, Gas! Der ist voll abgegangen und der war etwas frottisch oder so. Gas, Gas! Deswegen haben wir noch einmal Gas gegeben. Gerade hier? Nein, da vorne. Boah, mein Motorrad ist so warm. Nein, nein. Auch 105 Grad. Das ist aber Betriebs-Temperatur bei dieser 100 Grad. Aber hier ist so warm. Guck mal hier. Steig mal ab und schreib auf, was Auto macht drauf. Wash me! Dann boxt er mich vom Motorrad. Von so einem Porsche so versiffen lassen. Allein in Münster gibt es ja sogar solche Touri-Busse. Es geht. Was? Der hat mich nicht gegrüßt, der Wichser. Oh man. Sollte man wenden? Alter, der... Hier sollte man wenden? Was? Ich will ein Bild am Schloss. 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 Darf man da rein? Nein. Ist da ein Schild gewesen? Alter, was für eine Hoppe-Straße. Wenn der Bus das darf, dürfen wir das auch. Kann ich nicht rein, oder? Nein. Oioioioioioi. Alter, diese Straße. Oh man ey. Was ist denn das? Kopfsteinpflaster, fick dich. Stirn nicht so laut. Weiß was, ich stelle mich jetzt hier so hin. Ich will mich hier hinstellen. Warte mal, bleib mal gerade kurz so stehen, dann kann ich gerade ein Bild alleine machen. Und jetzt einmal küssen. Küsschen. Küsschen. Leute, was die Leute denken müssen. Ihr glaubt, das schneide ich mir das Video. Und dann würde ich sagen, ist das das Ende des Videos? Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist. Zeigt mir das mit einem... Daumen nach oben. Daumen nach oben. Tschüss Uli Leute. Sehr geil. Tschüss. Tschüss. Tja. Hahaha